... ... ... ... ... ... Hallo, jemand zu Hause? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich geh da nicht lang, ich geh jetzt erstmal hier gucken. Hallo? Alter. Das war ich nicht. Ich nehme die mal mit. So eine Schrot ist doch nicht das schlechteste. Aber dafür übernehme ich keine Gewehr. Na gut, ne Axt haben wir und jetzt äh... Alter! Und was haben wir da? Und ich werde es einfach nochmal machen. Und wie es hier wieder aussieht. Da kommt doch bestimmt bald Vera entwehen und ruht Fäkalien. Ihhh... Tschüss, Sasmaria! Scheiße! Mach doch nicht so einen Scheiß, Junge! Am Anfang passiert noch gar nicht so viel, aber es wird immer krasser. Habe ich mir sagen lassen. Was zum Teufel ist das denn? Ich sag mal Laubsäge-Facharbeiten. Das habe ich eben auch gedacht. Was ist das für ein Rumpeln? Ich horche mal. Kamera 3. Kamera 2. Servus! Ja, und das ist der Rumpel, ey Leute! Aber wo ist Batman? Ich muss doch die Regie-Anweisung jetzt auch noch geben. Insofern Kamera 1, bitte. Ähm... So, warte mal. Äh... Da bist du noch zu, dass die waren noch nicht richtig eingestellt. Braucht meine Facebook? Hat sehr gut funktioniert. Hier lang müssen wir. Lade Daten. Steht hier gerade. HAH! Feiert ihr Karneval, Leute! Hä? Ja, die kommen ja auch nicht alle aus Köln. Ich meine, ein Karneval ist halt in Köln auch ein Heiler. Boah, der steht gerade in der Lichtgeschwindigkeit. Hallo, wir haben auch in Düsseldorf... Äh, Freunde! Und in Mainz und in... Düsseldorf? Düsseldorf? Du sagst Dusseldorf und Karneval? Ja jetzt, nicht... Also, mit Zombies komm ich gut klar. Gö gottenでしょう?! Incoming von draußen übrigens. Oh ja. Auf gehts! Dann mal los. Juhu! Was haben wir denn da vorn? Lade nach! Alter! Oh, da, da. Willkommen! Vorsicht! Wir haben doch nie ein Buben sein. So, wer wird denn gleich das Gesicht verlieren? Krass, oder? Krass! Lustig, lustig! Tralalalala! Alter, äh... Ach, Alter! Oh! So, also... So war das nicht geplant. Ich werde weder gezahlt hierfür noch sonst irgendwas. Was? Eigentlich sind alle ziemlich lame. Danke. Krasser Typ. Ich habe ein Fahrrad. Ich kann jetzt nach Hause fahren. Tschüss. Tusch. Bis nach Hause zurück. Schönen. Ach. Schwierst du noch nicht? tribe who sie